Das ist ein bisschen neuerlich drin. Das ist ein bisschen neuerlich drin. Also ich finde es jetzt nicht schon mal ganz brauche. Aber dass es nur ja die Reifen sauer macht. Wo meinst du? Das ist ein bisschen neuerlich drin. Ich glaube die Kautner hat jetzt bei Facebook erst mal einen da gehabt. Das ist ein bisschen neuerlich drin. 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 Wie scharf ist die vorne? Wieso? Wenn die Finger dran sind ja auch mal. Achso. Ne, dafür. achso sehr schönlaufen. Ja. Und? Ja, ich was ? Ich habe doch die Frage, ich bin nicht zu Recht machen. Vielleichtdel frontal zu denken, cried? Ich bleibe. Dann bin ich klar. Wass? Das war noch nicht. Das ist ein Hans-Müll-Eier. Das ist ein Hans-Müll-Eier. Das ist ein Hans-Müll-Eier. Da fährt er dann. Kennt das nicht jeder? Aber jetzt geht es hier nicht. Sobald ich loslasse? Daneben. Also die Köhre ist ja relativ gut. Das habe ich gerade schon gemacht. Das habe ich gerade schon gemacht. Die alle da sind. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Das habe ich auch gerade gemacht. Das war die falsche Richtung. Jetzt kommt der Totalschaden von gestern. Jetzt kommt der Totalschaden von gestern. Ja, ich lad meinen bei dir hinten drauf. Wo ist? Ja, da kommt der Alp mit. Ja, fahr einfach mal ein Stück. Komm, dann ziehst du vorbei. Wenn die Fernbedienung wegnimmst, dann klappt das. Ich kann nichts sehen, wo die aus Alp mit. Komm mal gerade. Erstmal. Mal. 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 So, ich habe einen Morgen von dir schon vertreten. Hallo! Ist jetzt fertig, ist die letzte Kiste. Wollen wir alle mal runterkommen? Das war's! Das war's!